Jetzt vielleicht, macht das ganz sicher. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Sucht die Lücke. Und er schießt. Klassen. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Toller Pass. Jetzt, jetzt, das könnte es sein. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sie schaffen den Ausgleich. Alles wieder offen. Wird es jetzt gefährlich. Immer noch gefährlich. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Er zieht ab. Und der Ball geht nicht ein. Ach, aber was für eine Szene. Und was für eine Chance. Da sitzt sie gerade noch zur Stelle. Jetzt wird es gefährlich. Schuss auf den Ausgleich. So, Spannung drin. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen. Und es bleibt extrem spannend. Klaassen. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erst mal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2. Und er schießt. Da kommt der Schuss. Rudy könnte es machen. Der Ball geht an den Pfosten. Der Ball für Rudy. Ist das die Chance? Ganz unglückliche Nummer. Ein Eigentor. Er schießt. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Kein Spiel für die Tore. Der Defensiv stehen. Beide Teams stehen gut. Und in der Folge sehen wir hier viele Tore. Beide Teams. Und wir sind hier nicht sicher Los Angeles Schlecher. Vielen Dank.